Und hier gibt es mal Freispiele 2 Euro Einsatz. Da zieht Judo aus. 240, sauber. Gerne mehr davon. Das war's für heute. Das war's für heute. Sechzehn dazu. Sehr schön, damit können wir da erstmal leben. Und hier gibt es mal zehn Fallspiele. The Final Frontier 1 Euro. Los geht's. Los, wir haben vier Euro noch. Geizkraut. Ganz schön lütt. Tja, macht das schon Feierabend. Mit neun zehn Euro. Und hier kommen mal Freiespielereien. Okay. Er sagt noch nichts. Das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Und Freiespiel Nummer 12. Bleibt dabei. Und mein Hündchen Skatercash. Mal schauen, was er für uns übrig hat. Das ist eine große Feierabend. Das ist eine große Feierabend. Das ist eine große Feierabend. Hälfte schon weg! Nichts zu holen hier! 5 Euro Wahnsinn! Und hier mal eine Wunder! Da hat kein Schiffchen hier mit drin! Jetzt doch nicht! Junge, Junge! 1,40 Euro! Okay! Nee! Und hier mal Freispiele! Wishing Well! 2 Euro Einsatz! Okay! Schlechteste, was man da kriegen kann! Ja! 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 Na ja! Ja! Yep! Ja! Dann haben wir noch eine Genie's Wunderlamp, hier auch eine Einsatze Lampe ist schon mal gut Ja. Aufzadama. 5. 3. 10. 5. 6. 16. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 25. 22. 25. 25. Das kann man ja mal voll machen. Ja, drei. Jawoll, sehr schön. Haha, da zieht Judo aus. Sehr schön. Sau. Jetzt nochmal so ein Lämpchen. Mach da nicht, schade. Das war doch schon mal eine Judo. 702 Euro. Damit können wir doch leben. Die gibt es uns auch noch. Und einmal auszahlen, bitte.